Lass die beiden gefährlichste Ruhe spielen! Thornton hat gesagt, Svens Großvater ist nur an Altersschwäche gestorben. Er ist genau so eine Pfeife wie sein Opa. Und wenn du da mal drauf gehst, hast du keine Angst vor dem Tod? Nicht, wenn ich durch das Schwert falle. Ich komm da nämlich sofort nach Valhalla und sauf mit den Recken Apfel mit. Ja, na la la! Ja, na la la!